Ich war selber schon bei zwei Barcamps, die überhaupt nichts mit Rotary zu tun gehabt haben und es war so fantastisch. Ich bin so beflügelt da rausgegangen, dass ich gesagt habe, ich möchte Barcamp zu Rotary bringen. Es ist einfach so toll, dass hier wirklich Innerville mit Rotary und Rotarakt mit Rotary und Interakt und ein Vater, der bei Rotary ist und ein Sohn, der bei Rotarakt ist und ein Ehepaar, das Rotarierinnen und Rotarier sind, zusammen sind und sogar ein Hund, da ist ein Rotarischer. Also ich finde das einfach genial. Barcamp ist ein ideales Format, um sich zu begegnen. Es ist ein rotarisches Familienfest.